Musik Hallihallo, ich bin wieder der Gnosti, oder was heißt da wieder? Denn das ist das erste Commentary von mir auf dem Austrian Own Channel. Eigentlich ist es das allererste auf diesem Channel, also Commentary. Nach zwei Montagen habe ich jetzt endlich gesagt, mache ich mal ein kurzes, knackiges Commentary. Das Gameplay ist ja nicht so wichtig, ich zockele mit der Farmers, bisschen auf Fein-Range Team-Death-Match. Nach habe ich noch Ghost Pro, Flinkheit und Tecker. Ja, ah, das ist jetzt nicht das Thema, sondern Austrian Own der Kanal. Es haben sich schon ein paar gemeldet, das heißt da viele, ein paar haben sich schon gemeldet. Ob sie ein Gameplay draufstellen können. Leute, ja, ihr müsst uns nur einfach sagen, was für ein Gameplay. Welche Waffe, welche Kills, wie es einfach die Daten angeben. Dann sagen wir, ja, wir schauen uns einfach mal an, oder keine Ahnung was. Und, ja, und natürlich solltet ihr auch einen Channel haben oder irgend sowas. Denn wenn ihr sowas macht auf einem anderen Channel, bringt es eigentlich nichts, wenn ihr keinen eigenen habt. Ah, naja, nachdem wir jetzt aber eh erst wenig Anfragen bekommen haben, nehmen wir jetzt auch irgendwie, würden wir jetzt auch jedes nehmen. Hauptsache ist es in einer passablen Qualität und es ist jetzt kein 10 zu 33 bei, keine Ahnung, Herrschaft oder sowas. Und apropos Herrschaft oder irgendwas, wenn ihr Objective spielt, sei es Herrschaft oder Sprengkommando oder sowas, dann erwarten wir eigentlich schon, dass ihr auch ein paar Ziele einnehmt oder halt vielleicht eine Bombe platziert oder sowas. Oder halt entschärft. Denn sowas gehört eigentlich auch für uns zum Gameplay dazu. Und ja, und nicht halt, nicht nur die Kills halt. Gut, was gibt es noch zu sagen? Das war eigentlich, glaube ich, alles. Wie gesagt, sende es einfach die Anfragen. Entweder an den Austrian-Own-Channel oder halt an Check-It-Out, also Out-Check-Channel. Oder an Austrian-Project, dort wo ich meine Contails hochlad. Ja. Gut. Ja, das war's eigentlich. Komm jetzt nicht aufs Gameplay ein. Wie gesagt, ich zocke mit der Farmers. Ich habe den Huey noch bekommen. Und ja, an diesem Tag haben wir zu fünf Teamer gezockt, alles. Also das war immer schon ziemlich gut, wenn man zu fünf oder so was Team-Left mit zockt, dann kann man einfach drauf losrennen. Entschuldigung. Und ja, und das würde ich euch auch einfach empfehlen, Freund mit Freund zu zocken. Gut. Das haben wir. Oh ja, und ich muss auch was sagen, Entschuldigung, habe ich ganz vergessen. Zettel steht das auch noch. Wenn ihr ein Tool kommt, ihr wer habt. Und, also wenn ihr zum Beispiel einen Kanal habt, wo ich zu zweit seid, so wie das sechste von ich auf meinem, auf unserem Channel, könnt ihr euch ruhig ein Tool-Kommentary einsenden. Oder wenn ihr noch nicht kommentiert oder nicht kommentieren wollt, oder keine Ahnung was, sendet uns einfach das Video über Mega-Upload, Rapid-Share, was auch immer. Am besten ist es für mich auf Mega-Upload. Und dann könnt ihr einfach hochladen das Video und das war's dann. Also einfach, dann können wir es kommentieren, können euch verlinken alles. Und ja, das Gameplay ist aus, die Infos ist auch aus. Weiß ja, ich gar nicht mehr, was ich dazu führen soll. Ich sag, ich hoffe, also ich wünsche mir, dass dann auch noch ein paar Einzelungen kommen oder wünsche. Und tschau, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.